So, und heute kommen wir zur letzten Pre-Race-Konferenz hier live aus Australien, mit der Beute Boogie Moichan und Karo, guten Tag. Moin. Guten Tag. Ja, Boogie, heute ist es gegebenenfalls noch wieder soweit. Du darfst GGF eben einen Erfolg feiern. Ist es zwar noch möglich, aber mehr möglich als letzte Saison, ja, vermutlich. Die Krise ist noch nicht da, aber ich denke mal, dass es möglich sein wird, besonders dass er heute da sein wird. Ja, was denkst du so zu Australien im Vergleich zu R5? Schwieriger, leichter, gleich gut, wie auch immer, bitte. Boah, Australien ist ja jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsrallye, aber, ja gut, zum R5 wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger mit dem Hoppel und diesen Hoch und Runter und so. Da kam der Allrad einem, glaube ich, schon ein bisschen mehr entgegen als die alten Heckantriebdinger hier. Aber, ja, wird schon schief gehen. Okay, Moinchen, du hast ja aufgrund Abwesenheit letztes Mal ein bisschen was eingebüßen müssen. Beide VSA haben dir vorbeikommen und sind 30 und, äh, 30, äh, stimmt schon, 30 und 10 Punkte sind auf die beiden jeweils. Wie siehst du noch so deine Chancen heute? Weil, ja, sechs Leute gemeldet sind, heißt, zwischen Position 1 und 6 liegen 23 Punkte, ne? Ja, äh, ein bisschen schwer, ja, durch die Abwesenheit im letzten Rennen, aber, äh, möglich ist alles. Denk mal, vielleicht, wenn die Top 3 drin ist, dann müssen aber, muss, dann muss aber die Konkurrenz schon sehr, sehr schwächt hin. Ähm, ähm, ja, also mal gucken, äh, was heute geht. Australien lag bei der R5 eigentlich auch nicht so, da waren auch viele Fehler drin und hier mit dem, den Heckantriebautos ist es noch ein bisschen schwerer. Also mal schauen, was geht, einfach, ich versuche vorsichtig durchzukommen ohne Fahrfehler und dann denk mal, die Konkurrenz, die wird vielleicht auch Fehler machen, weil die, weil die Etappen hier sehr fehleranfällig sind. Karum, du bist der Geagte, äh, Puls sind vier aktuell, 20 Punkte auf Send und eben 10 Punkte hinter dir, Mulchan, äh, ja, wie schwer ist denn dein Name Australien? Ich denke schon, dass es sehr schwierig wird, wie ich mal gesagt habe, diese Rallye neigt zu Fehlern, aber am vierten würde ich gerne halten heute. Okay, äh, ja, äh, hm, hm, hm. Boogie, wie, äh, ja, schnell schätzt du Chrissy ein? Äh, ja, wenn ich nach seinen letzten Rallye so gehe, schnell, genau. Ja, weiß nicht, hab ich noch nicht in Australien gesehen, aber denke mal, wird nicht langsam sein. Okay, äh, ML-Jungs, wie gesagt, 40 Punkte für VSA-Racing, ich denke mal, das ist gegessen, oder? Ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal, Borel, wenn er jetzt keinen groben Fehler macht, ist da entweder Platz 1 und 2 drin, aber ich denke mal, ähm, da muss ja einer von den VSA-Jungs, muss ja da schon, äh, ich denke mal, schon vor Borel mindestens landen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade hoch, also ich denke mal, die ist da entschieden. Alles klar, vielen Dank, oder möchte ich noch irgendwer etwas beitragen? Nein, nein, ich habe Durst. Das ist heiß, ne? Vielen Dank für die Pausekonferenz. So, und zum letzten Lauf der D-Revizalber 0 H2 MWD-Meisterschaft, wir sind hier heute in Australien, und ich würde sagen, Cut, und los geht's mit dem letzten Rennen der Saison. 2, über Kuppe, in 1 links, macht auf, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, 3 rechts, macht zu, 2, rechts. In 1 links, macht auf. 5, in 2 rechts, macht auf, über Kuppe. In 6 links, in voll mittig, über Kuppe. 30, 5 links, über Kuppe. 30, senke in 5 rechts, extra lang, macht zu, 4, über Kuppe. Macht auf. In voll rechts, über Kuppe. In 6 links, in 5 rechts. Auf Kuppe, in 4 links, lang, macht zu, 3. Macht auf, über Kuppe. 30, 5 links, in voll rechts, übersprung, maybe. 30, 6 rechts, in 5 links, lang, macht auf, über Kuppe. In 4 rechts, lang, macht zu, über Kreuzung, gerade. In 3 links, lang, über Kuppe. In 3 rechts, lang, macht auf, 40. 6 rechts, lang, auf, Kuppe. In Don't Cut, 3 links, lang. In 3 rechts, in Achtung, 5 links, über Kuppe. In 2 rechts, macht zu. Macht auf, über Kuppe. 30, 5 links, lang, macht zu. Voll mittig, übersprung, maybe. 30, 4 rechts, macht zu. In 3 links, über Kuppe, macht zu. In Achtung, 2 rechts, macht zu. Don't Cut, in 6 links. In 2 rechts, macht zu, durch Gatte, eng. Macht auf, über Kuppe. In 6 links, in 6 rechts, über Wett, maybe. In 6 links, in 5 rechts, lang, macht zu. In 6 links, lang, macht zu, 5, über Kuppe. 80, 6 links, mittig halten, über Kuppe. 30, 6 rechts, 30, Sprung. In 4 links, macht zu, 3, durch Tor, eng. 60, über Sprung, über Kuppe, 60, übersprung, und Wellen. 2 rechts, macht zu. In 3 links, macht auf, Don't Cut, durch Gatter. 50, voll mittig, übersprung, 80, Asphalt. 4 rechts, macht zu, Schotter. In 4 links, macht zu, über Kuppe. In 4 rechts, macht zu, in 3 links. In 4 rechts, über Kuppe. In 5 links, in 5 rechts, über Kuppe. In 4 links, übersprung, macht zu, 3. In 3 rechts, über Kuppe, lang, macht zu, 2. In 5 links, absprung, macht auf. Warum bin ich jetzt so, ich hab mich weggelegt, ey. In 6 rechts, über Kuppe, über Ziel, zum Stopp. Diese schwule Kackkabe. Das kann doch nicht sein, ey. Und auf, 2 links. Viel Glück. Euch auch. 5, 4, 3, 2, 1, los. 4 links, über Kuppe, in Langsach, 6 rechts. Und Abzweig, 2 links. 30, 5 links, lang, macht auf, bis Kuppe. Und 6 rechts, über Kuppe, lang, zu, 4. Macht auf, über Kuppe. In 3 links, lang, macht zu, 2. 30, 4 rechts, lang, über Kuppe. 50. Vollmittig, über Kuppe. 120, Kuppe. 50, links halten, über Kuppe. In 4 links, lang, 30. Kuppe voll, 60. 5 links, 30, 3 rechts, lang. Macht auf, über Kuppe. 30, 5 links, über Kuppe, sehr lang. Macht zu, 2, lang. In 4 rechts, lang, macht zu, 3. Macht auf, sehr lang, an Kreuzung. In 6 rechts, macht auf, über Kuppe. 50, Achtung, 3 rechts, über Kuppe. Macht zu, in 2 links. Macht auf, 30. 5 rechts, lang, über Kuppe. 3, schau. 3, schau. 3, schau. In 3 links, lang, macht zu. 100, vollmittig, über Kuppe. 80. 5 rechts, lang, macht auf, über Kuppe. 30. 5 links, lang, macht zu. In 3 rechts, macht zu. In 3 links, in 4 rechts, macht auf, 30. 2 rechts, macht zu, cut maybe, über Kuppe. In Achtung, 4 links, über Kuppe. 4 rechts. In 5 links, macht auf, über Kuppe. 80, vollmittig, über Kuppe. 100. Voll rechts, über großen Sprung. 50, 4 links, macht zu. 30. 4 links, über Kuppe. In 4 rechts, lang, über Kuppe. In 4 links, macht auf, über Kuppe. In 5 rechts, über Sprung. In 4 links, lang, Asphalt. 50, links, 6. Macht auf, über Kuppe. In 5 rechts. Macht auf, über Kuppe. In 5 links, macht auf. 100. Voll rechts, über Sprung, lang. 80. Achtung, über Brücke, eng. 2 links. In 4 links, macht auf, über Kuppe. In Don't Cut, 3 rechts, macht auf, über Kuppe. In Gabel, 4 links, über Kuppe. 50, Schotter, 4 links, lang, macht zu. 3, über Kuppe. In 4 rechts, Don't Cut, macht auf. Voll mittig, über Kuppe, in 5 links, in 4 rechts, lang, macht zu. In voll mittig, über Kuppe. 100. Senke, in 6 rechts, in Achtung, 4 links, macht auf, über Brücke, eng. 60, 6 rechts, in 5 links, lang, macht auf, 30, 4 links, über Kuppe, lang, macht zu. Achtung, Don't Cut, 3, über Brücke. In 2 rechts, lang, macht zu, über Ziel. Gut gemacht. So, let's go. Wen? 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, über Kuppe, in 4 rechts, lang, macht zu, in links, halten, über Kuppe. 38, 5 rechts, lang, macht zu, 3, über Kuppe. 60, über Brücke, eng, 4 rechts. In 5 links, über Kuppe, sehr lang, macht zu, macht auf. In 6 rechts, über Kuppe, 30, 5 links, 30, 5 rechts, macht zu, 3, lang. In 4 links, über Kuppe, 30, 4 rechts, lang, über Kuppe. In 5 links, durch Senke, in Sprung, 30, über Wellen, auf Kuppe, lang. 30, 5 links, in 5 rechts, lang, macht zu, in 5 links, über Kuppe, in 5 rechts. Und voll, lang, 60, voll übersprung, maybe, 100, rechts, Abzweig, Asphalt. 30, 5 links, über Kuppe, in 4 rechts, macht auf, über Kuppe. In 3 links, macht zu, 2. In 2 rechts, lang, in 3 links, lang, über Kuppe, in 4 rechts, lang, in 6 links, macht auf, über Sprung, maybe. In voll rechts, 30, 5 links, extra lang, über Kuppe. In voll, durch Gatter, und großen Sprung, 200, Asphalt, 4 rechts, lang, macht zu, auf, Schotter. In 3 links, lang, macht zu, 30, 6 rechts, über Sprung, 50, 6 rechts, lang, macht zu, 5. In 4 links, über Kuppe, macht zu, in 5 rechts, 80, mittig, über Kuppe, Asphalt, langsam, 30, links, Abzweig. 80, voll, mittig, über Kuppe, 80, voll, mittig, über Kuppe, 30, Kuppe voll, in voll rechts, 80, Gatter, auf, Schotter, 30, 4 rechts, lang, macht zu, in 6 links, über Kuppe. In 4 rechts, lang, macht zu, über Kuppe, 30, Asphalt, 2 links, Oh, oh, look. Oh, 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 oh So versaut man sich in eine gute Etappe. Einfach nur geradeaus fahren, was ist so nett. So versaut man sich in eine gute Etappe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Macht auf, über Kuppe, in drei links, in drei rechts, in fünf links, in vier rechts über Kuppe, in sechs links lang, macht zu fünf über Kuppe, 50, sechs rechts über Kuppe, 80, drei links, macht zu zwei, 50. Kuppe, in fünf links lang, macht zu drei lang, in sechs rechts über Kuppe lang, macht zu über Kuppe lang, macht zu drei, macht auf, sechs rechts über große Kuppe und Sprung maybe, in vier links, macht auf, 30, sechs links, in sechs rechts, in sechs links, macht auf über Kuppe lang, in sofort, drei rechts kurz, 80, bergab, fünf rechts über Kuppe, in vier links, 80, Kuppe bergab, fünf links, 50, fünf rechts über Kuppe, in sechs links, rechts halten, für 120, Achtung, drei rechts über Kuppe, macht zu eins, in zwei links, in zwei links, don't cut, macht auf, in zwei rechts, macht zu über Kuppe, in vier links lang, macht auf über Kuppe, und sechs links, und vier rechts lang, über Kuppe, macht zu zwei, in fünf links, in fünf links, langsam, 30, eins links, verdeckt, macht zu, 40, drei links, macht zu über Kuppe, in vier rechts, in drei links, macht auf über Kuppe, 50, eins rechts, macht auf über Kuppe, in sechs links, macht auf über Kuppe, 70, fünf links, über Kuppe, in senke, und Achtung, fünf rechts, macht zu, zwei über Kuppe, 50, bergab, eins links, macht zu, und vier rechts lang, über Kuppe, macht zu, zwei, macht zu, in fünf links, macht auf über Kuppe, in fünf rechts, über Kreuzung, 30, vier links, in sechs rechts, eng, voll links, 40, vier rechts, innen bleiben über Kuppe, und sprung, in drei links, macht zu, don't cut, in vier rechts, macht auf über Kuppe, in acht, und zwei links, macht auf, über Kuppe, macht zu, eins, 50, über Kuppe, bergab, zwei rechts, macht zu, in zwei links, 40, vier rechts, über Kuppe, in fünf links, sehr lang, macht zu, vier über Kuppe, in drei rechts, über Kuppe, macht auf, in voll rechts, über Kuppe, 30, fünf links, don't cut, in sechs rechts, macht auf, voll mittig, über Sprung, links halten, für 80, fünf rechts, macht zu, in vier links, lang, macht auf, 50, voll mittig, über großen Sprung, 80, sechs rechts, langsam, 40, mittig halten, über Kuppe, in drei rechts, macht zu, in drei links, in drei rechts, über Kuppe, in vier links, macht auf, 50, sechs links, über Kuppe, 120, sechs links, 100, voll rechts, über große Kuppe und Sprung, 50, Kuppe voll, 80, sechs rechts, Ziel, gut gemacht. Ich denke, wir haben gute Chancen, diese Wertungsprüfung zu gewinnen. Nein, nein, nein! Ah, nochmal Zeit, weil auch so unnötig! Ja, Center, da sitzt ein Sifon auf, das ist okay. Am Ende? Ich auch. Ja, für mich auch, Kari, so, was hat er denn jetzt? Ja! 6 links sehr lang über gruppe 30 viel glück 5 4 3 2 1 los 100 gatter 6 links sehr lang über gruppe 36 rechts sehr lang über gruppe macht auf 60 voll rechts übersprung 40 sprung voll in 6 links lang macht zu don't cut durch tor 50 6 rechts über gruppe 36 links 5 rechts über gruppe bis gatter 5 links 30 4 rechts über gruppe in 5 links in 5 rechts lang macht auf über gruppe in links abzweig verdeckt 30 6 links über gruppe in voll mittig über gruppe 34 links nach zu 3 50 50 brücke asphalt in 3 rechts nach zu 30 kuppe in 4 links lang macht zu 2 30 6 rechts in 3 links lang 50 durch gatter asphalt 80 voll mittig lang 100 rechts abzweig cut 50 50 50 voll mittig übersprung auf schotter 50 4 links lang in 4 rechts macht zu über gruppe in 5 links lang macht auf 50 55 120 120 120 120 40 900 120 40 30, 4 rechts, sehr lang, über Kuppe, in 6 links, in 6 rechts, 30, 5 links, sehr lang, mach zu, 4, auf Kuppe, in 8, 4 rechts lang, mach zu, in 2 links, don't cut, in 3 rechts lang, mach zu, 2, auf Kuppe, in 3 links, in 4 rechts, 30, links abzweig, don't cut, durch Toreng, 50, 5 links, in 5 rechts, 5 links lang, in 5 rechts, bleibt lang, macht auf, über Kuppe, 2 mal, 30, 5 rechts, durch Senke und Sprung, in 5 links lang, über Kuppe, macht zu, 4, in 6 rechts, über Kuppe lang, macht zu, 4, eng, in 8, 5 links lang, macht zu, 2, über Kuppe, 30, 5 rechts, 5 rechts, in 5 links, in 5 links, in 4 rechts lang, macht zu, 3, macht auf, über Kuppe, in 4 links, don't cut, über Brücke, eng, 80, 80, Kuppe, und 3 links, macht auf, über Kuppe, 30, 6 rechts, in 4 links, macht zu, 60, über Ziel, in Kuppe, bis Stopp, S. australien ein versuchtes comeback ist nicht gelungen ein weiterer sieg für chrissy boogie unter druck stehend aber trotzdem auch gewonnen heute etwas und nur ich dann ja glücklich oder doch unglücklich aus der rest gelangt denke mal für dich glücklich oder wie bitte ja erzähl was ist am anfang passiert in der nacht glaube ich war auch in was und vor allem ja wie war das dann oder wird sich das send ist vor dir und das könnte noch mal relativ knapp werden mit der zeit her war ziemlich unkonzentrierter unterwegs es war richtig schlecht von meiner seite aus bin da ohne licht gefahren bin da ohne reifen gefahren der zaun mit das leben schwer gemacht es war hart schlecht also ein dritter platz wäre nicht verdient gewesen aber zum glück hat er die konkurrenz auch rein gejogt und deswegen ist der dritte platz am ende ja sehr sehr süß ja es waren ich glaube sechs zentl oder irgendwie ähnliches und am ende der saison unter einer sekunde war es glaube ich ja ja sechs zentl ist unter einer sekunde glaube ich hoffentlich ja p5 erwähnt in der meisterschaft zwei punkte hinter karum der was achsen dazu ja gut einmal nicht mitgefahren das macht es dann direkt aus wenn halt nicht so viele mitfahren und dann das punkte wo die punkte vergabe da doch relativ eng ist oder dass es da doch für die mitfahren auch gute punkte gibt auch wenn man auch mal vielleicht nur sechster wird oder so ja das macht es natürlich dann aus aber leider am ende nicht alle ja nicht gereicht okay aber nichts machen ja chinesische meisterschaft ja was denkst du langsam langsamer als auf jeden fall die h2 autos die unsere langsamsten autos ich denke mal da sollte das fällt aber deutlich enger sein weil die autos sind nicht so gefährlich sind wie die wie die heck antrieb autos hier denke mal kann auch spaß machen aber das wird auch ein auf ein engeres feld das denke mal da dazu wird es kommen alles klar vielen dank und ja weiter geht es zu platz seit einem teamkollegen Buki ja heute gab es mehrere sachen die ersten grünste den zweiten dort der titel seinerzeit und der rally titel unserer zweiten titel an sich ja danke ich glaube es gibt noch ein paar andere zu deinem ersten h2 rwd titel damit wir nicht übertreiben ja heute gab es ein paar überraschende momenten nicht nur dass plötzlich mal irgendwie sende zwischen dir und krissi war sondern eben auch dass ja grissi auf schotter dich eben besiegt hat wie sie eben schon danach ausgesehen hat er dann aber doch noch mal den fehler gemacht hat ja du meinst schon als rein das ist deine lieblingsrallye oder ist das auch so der grund dass du heute geschweigelt hast auch war einfach generell weit weg von der perfekten rallye bei mir habe mir vor der etappe auch nur gedacht ja muss das auto heute nicht zerlegen weil das einzigste was mir irgendwie noch etwas kaputt machen können richtig sonst in anführungszeichen ja noch mal eine gemütliche rallye fahren und das war es dann auch konzentration ja ging so mit mit viel funk verkehr aus dem kadett von dem mann heute mal wieder etappe 2 dann auch gefühlt mindestens drei viertel auf der felge gefahren und eine menge zeit verloren etappe drei den soundbuck da nichts mehr gehört ja gut ja was glaubst du so so 1 auch langsam und closer oder seine meinung dazu langsam definitiv langsamste auto so im spiel aber ja wie das fällt sich denn verhält mit diesen langsam alten autos ist gut möglich dass es dann vielleicht im mittelfeld oder ja vielleicht auch vorne noch ein bisschen enger wird mal schauen ok gut dann vielen dank an dich für das protest ja chrissy du hast oder colline mccrissy wie auch immer du hast ja deine zweite rallye heute gewonnen ja wie schwierig ist in den augen australien und ja deine meinung zu diesem heutigen abend ja also eigentlich war ich vorher vor dem rennen selber kein fan jetzt von australien bin es auch nach wie vor nicht weil es einfach nicht schwierig ist mit die schnellen passagen und die sprünge aber ein und ein war es ziemlich chaotisch nach der ersten sondeprüfung knapp 20 sekunden boge bekommen auf den nächsten dann 9 sekunden vorne oder 8 sekunden irgend sowas also ziemlich chaotisch und zum schluss dann wirklich wirklich eng aber und den doch konnte boogie doch wieder besiegen ja auch deine meinung zur h1 und fragen wir mal deine umstände ich habe irgendwie gehört du kannst da manchmal nicht teilnehmen ja ich stelle jetzt auf die klubs hoffen sonst bin ich leider bei wahrscheinlich zwei termine nicht da also nur die hälfte der saison prinzipiell ja wie jetzt schon gesagt sind sicher die langsamsten autos aber ich glaube das könnte trotzdem recht spannend dann werden vielleicht kommen dann mehrere an boogie näher ran aber langsam heißt ja nicht unbedingt weniger spaß also ich freue mich drauf alles klar gut das war's vom protest h2 wd champagne ja das war also nun die saison so grob zusammengefasst langes interview diesmal heute ja aber auch das muss ja auch mal sein so viel dazu die videos waren sehr chaotisch die wetter zum mal im feinen video noch mal eine anlose dazu drehen aber wir haben neues vornehmlich die h1 eu-meisterschaft die um die bauform steht hier mal das gesamte ergebnis für den heutigen tag krisi gewinnen vor boogie um mich an knapp vor sind kaum und nico thomann ja genau h1 steht an mit einem neuen video sogar vielleicht mit highlights dann noch eine riesen premiere mal gucken was wir das machen werden für euch und ich bin schon mal froh dass man auf jeden fall drauf tv kameras beziehungsweise kameras von der strecke gut dann würde ich sagen vielen auch fürs zu sehen und ja ein bisschen bewertet dieses video nicht allzu groß an weil naja wie schon erwähnt ist es halt ein bisschen anderes ding geworden hier noch ganz kurz das cover das ich eben gerade angesprochen habe und ja wie schon gesagt die erste dort denke ich mal so dass ich dann immer mit dem clip laufen wird das war die letzte die so parallel für alle zeit gleich läuft alles klar gut dann tschüss live aus australien